hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei tower of fantasy hier machen wir wieder unsere alltäglichen aufgaben bevor wir die story weitermachen hier 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 Missed 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 Miss 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 Sie wollen jedes Mal, dass ich selbst kämpfe. Komischerweise, wenn ich aber unterstütze, dann findet man Gruppen. Und natürlich, wenn man als Gruppe rein geht, sind es nur fünf Sekunden zum Start. Wenn man alleine rein geht, muss man fünfzehn Sekunden warten. Moin, wie geht's? So, so wie Okay. Und was gibt es Neues bei dir? Ah, wunderbar. So, hast du die Sachen schon gemacht mit den Eva Kämpfen? Okay, ich mache noch den, dann können wir sie zusammen machen. Okay, kein Problem, kein Problem. Ich komme auch in Discord. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Oh ja, kann mitmachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Heftig. Fish. Ich habe die Einladung nicht gesehen, oder? Ich habe... 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 Okay... Ich habe... 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 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Yeah. Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, der ist auch noch tot. Ja, alle tot. In Better. Ja, auch überall sind noch Spieler gewesen, als hätten die es gerade frisch gemacht. Es ist wieder Anfang der Woche. Ja, stimmt. Ja, das ist immer sehr überfüllt. Okay, ich gehe mal nach hinten raus. Vielleicht ist da ein Boss. Äh, bei mir. Kannst du das sein? Ja. Äh, Frost. Dann kalt mich mal bitte. Frostbot. Dann kalt mich mal. Ich über Mentor rollen, nebenbei gesagt. Kann ich dich über... Also, wir müssen einfach nur aufs Profil von mir gehen. Und dann steht da Summon oder auf Deutsch, keine Ahnung, irgendwie herbeirufen oder so. Okay, da und hier muss herbeirufen, dann. Hast du es bekommen? Ja, ja. Bin unterwegs. Was hättest du nicht annehmen brauchen? Das war nur für die anderen. Müssen wir in die Nummer kommen? Ja, perfekt. Oh nein, let's go. Das war nur für die anderen. Ist ja schön. So, ist sie wirklich fertig? Mach schon wieder die Hälfte durch. Perfekt. Lauf. Puh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ops. stimmt aber jetzt titel ok ist ja auch bekommen stimmelt es genau genau moin justin moin business vero was business vero das ist ein kollegen von mir wir spielen tor fantasy zusammen ich habe den link geschickt französ ich bin ja kein französer ja weil ich jetzt auch spreche also doch kurz zu ne ich bin luxemburger haben wir aber auch reingenommen also alles gut nein spaß was ist was ist ich habe auch reingenommen alter ne entschuldigen dass ich halt geschichten können ne ist alles für spaß keine sorge ich hoffe du verstehst spaß naja alles ist eben das ich bin keiner der das direkt schief aufnimmt ich wollte deswegen mal aus dem server geballen ja luxemburg seine eigene sparte ja 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 ich sag mal was doch los ich habe irgendetwas verstanden wie die hört sich wie deutsch an und holländisch und ich spreche etwas davon es ist mehr es hört sich eher mehr nach belgisch und holländisch an so ja also zumal 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 das flamendische was ja eigentlich nichts anderes ist ein dialekt vom holländischen her ist luxemburgisch sehr ähnlich ja ich könnte ich kann bei der sparte ne du ich kann bei der sparte Ich wusste nicht, dass die Kuschung wird. Haben wir aber auch einen genommen. Der ist gar so weit, du Dinger. Also, ist das jetzt der Raid, oder? Ja, das ist der Raid. Und so muss ich irgendwas beachten, das ist ja das erste Mal, dass ich im Raid bin. Ja, überlebe einfach. Einfach überlebe. Das ist dieser Star. Aber gegen den haben wir doch mal gekämpft, oder? Wir? Nein. Das ist gerade auch mein erster Raid mit gegen den. Aber der ist selten gespielt tot, oder was? Ja, wir haben gute Mitspieler gehabt. Yo, der hat nicht lange gelebt. Ich meine, dieser Null, der hat gerade alles gecharactert. Ja, der hat zu viel Damage rausgehauen. Das ist nicht normal. Also, wenn der nicht eine Kreditkarte hat, wo, keine Ahnung, mindestens eine Million drauf ist, dann werde ich auch nicht mehr weiter. Das kommt bestimmt aus der Schweiz, Alter. Und der fährt Bucati jeden Tag zur Arbeit. Okay, ich dachte, dein Raid würde länger dauern. Ja, Raids sind auch eigentlich schwerer, aber wir hatten gerade, ja, wie gesagt, wir hatten Glück, dass der Typ dabei war. Ja, der kriegt das den Scheiß, was er dabei war. Guck, was ist das gewesen? Das waren... nicht über 30 Sekunden, na ja, 30 Sekunden. Warte. Nicht erlaubt. Das Spiel ist recht fertig, ne? Oh, nice. Ich mach aber noch die Aufgaben fertig, ne? Jo, jo, ich muss ja sowieso erstmal das Tutorial machen. Ja. Werde ich den Super Ruf spielen, Alter? Ne, den, äh, ist gar leid. Hattest du das eigentlich dort auch verkauft? Ja, ne? Für mich. Digga, als du weg warst, ne? Ich bin fast gestorben, ne? Ich war kurz davor aus dem Fenster zu springen, ne? Digga, also, du musst dir vorstellen, ich will das Spiel unterhalten. Es geht nicht, es sagt mir Fehler, Bruder. Ich guck mir ein Tutorial an, wie man den Fehler fixen kann. Halbe Stunde, ich bin immer noch nicht fertig. Ich dachte, das will mich komplett gerade verarschen. Und irgendwann habe ich es dann hinbekommen. Ich musste fünfmal neu starten, ich habe dies und das. Irgendwann habe ich dann einfach, äh, Dings, einfach gelöscht, Digga. Hier, Xbox, Dings, und dann hat es einfach geklappt. Du musst Xbox löschen und dann hat es geklappt? Ja, dann hat es geklappt. Ich habe es bis jetzt noch nicht installiert, aber ich kann es trotzdem runterladen im Microsoft Store. Es ergibt sowas in keinen Sinn, aber egal, es funktioniert, es geht runter. Was hat nicht geklappt? Äh, ich wollte mit Forza runterzuladen. Hm, wolltest du jetzt über Game Pass runterladen, oder? Ja, echt? Nee, 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 ich habe es gekauft gehabt. Okay. Ähm, Xbox. Ja, Xbox ist halt verbunden, weil das ja eins ist. Und Xbox ist einfach so der Launcher für PC. Obwohl es eigentlich für Xbox ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was schlimmer ist bei uns, ähm, ich weiß nicht wieso die das, äh, extra getrennt haben. Bei uns in Luxemburg haben die den Xbox Pass und den, äh, PC Microsoft Pass voneinander getrennt. Das heißt, äh, in der Regel kann man das eine nicht mit dem anderen verbinden. Ist das eigentlich so fast? Ja, das ist, äh, voneinander getrennt bei uns. Ich weiß nicht wieso sie das machen. Ähm, darum habe ich eigentlich ja ein deutsches Konto und, äh, spiele eigentlich über VPN. Durch die VPN habe ich mit meiner Internetverbindung sowieso gar keinen richtigen Verlust. Naja, du bist in der Nähe von, äh, Deutschland. Wurde gleich daneben. Oder der Typ hat 1500 Ambitz nur mit seiner scheiß 4G-Leitung auf sein Handy. Luxemburger halt, Digga. Deutsches Internet ist ruhig. Ich muss mich messen. Kannst du nicht sagen. Ist der Künstler. Ist der Künstler. Obwohl, ich bezahle nicht wirklich viel, was ich weiß. Und trotzdem habe ich über 200 Ambitz. Und. Ja, äh, 97 Prozent, Alter. Ich weiß es zu warten. Das ist so langweilig, Alter. Ja, bei mir ist es auch gleichfertig. Bei mir sind es noch 40 Gigabyte. Das ist gleichfertig. Gleichfertig. Ich versuchte so jetzt noch nicht gekommen, weil ich ja noch die Aufgaben fertig machen will. Ja, aber es ist 2,3 Gigabyte. Warum ist es so langsam bei Microsoft oder bei Xbox? Ganz wenigstens schon mal, dass der Tobi abschließt. So kommen wir Instagram online spielen. Ja, ja. Das dauert dann zum Glück nicht lange. Ja, der Tobi hat jetzt aber auch nicht so lange gedauert bei... ... ... ... ... ... ... Nochmal? Nochmal, ja. Okay. Ist der Null wieder dabei? Wir machen jetzt Assist Points für die Dingens... ... Nee, wir machen Assist für... ... die... ...Dingens für die Mentor. Ah, okay, okay. Also Anakin-Bindungspunkte zwischen uns. Eben mal gesagt, wenn wir bei 600 Bindungspunkte sind, dann kriegen wir beide 10 % mehr Damage, wenn wir mal in ein Team spielen, ne? Das ist geil. Aber wir müssen erstmal 600 Punkte erreichen, ne? Ah, wir haben nochmal einen, der so viel damage macht. Ja, let's go. Das liebe ich an Anfangs der Woche, wenn alle Wails noch nicht dabei sind. So ein Ding ist das. Die Kokosnuss. Lieber gerett, ist ja richtig stark. Let's go. Aber gut, der Wild Boss macht aber ziemlich viel damage, wenn man nicht aufpasst. Er ist an sich auch eigentlich strong, aber wir spielen halt gerade die leichteste Stufe vom Raid. Oh my God. Das verstehe ich nicht. Wieso geht mein Alert nicht mehr? Danke für deinen Follow, das sehe ich nur hier in der Liste, aber normalerweise müsste ein Alert kommen. Das hattest du doch letztens schon geklärt gehabt. Ich weiß, aber ich weiß nicht, was jetzt schon wieder nicht funktioniert, dass der Alert nicht ankam. Auf was du streamst du? Wo war es? Auf Streamlabs. Achso, Forza ist jetzt untergeladen. Das erinnert mich an. Ja. Drachenlord. Zu leid, Forza, es fährt jetzt untergeladen. Ja, das tut mir leid, wegen deiner Oma. Forza ist untergeladen. Wollen wir jetzt verschwinden? Ich muss das mal prüfen. Natürlich kann es auch sein, wir könnten multistreamen. Oh, ich wäre fast gestoppt. Oh, doch, ich bin fast alle. Was? Wie fast alle? Wie fast alle? Wer lebt denn noch? Oh my God, ich bin wieder da. Ich denke, ich darf jetzt alle retten, oder was? Was hat das jetzt? Oh, wir dachten. Forza, jetzt gibt es so. Alter, was habe ich gerade? Wie habe ich das überlebt? Entschuldig. Danke. Ich habe gerade das ganze Team gesehen. Ends als an Arne tot. Alter. Aber der eine Angriff kam so schnell und der hatte noch eine Nachwirkung. Das Ding ist, wenn alle in Raid fast sterben, ja? Noch einer am Leben ist, der den einen heilt. Oder einen überhaupt heilt. Der sollte der eine mitheilen, damit wieder alle am Leben sind. Ja, klar. Ja, aber manche greifen, dann einfach sofort an so. Woher Zeit hätte, um zu reinkommen. Och, bitte jetzt nicht für wieder dieses Stressproblem, Alter. Was denn? Das ist kein Bruderproblem, oder was? Ah, dieser Scheiß-Kontrolle, der Top-Digant, oder was? Ich sehe schon immer, wenn ich es Forza starte, muss ich so eine Scheiße machen. Ja, es ist weiter aktiviert. Das ist kein Bruder. Das ist ein Bruder, ja. Das ist ein Bruder. Denkmal, ich statt zu ziehen, ist das so. Perfekt. Mal immer nur noch voll. Ach, scheiße, ich will zurück. Ich muss den Steam an, ich gucke nebenbei zu. So, oder? Wenn du Fragen hast, dann kannst du einfach fragen, dann kann ich dir auch helfen. Also hier war es einfach so, du musst das so toll... Geht so lange, bis du dein Haus hattest. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, das ist überall jetzt mal. Bei einem, ich habe gerade was im Kopf halt. Nee, beim anderen ist es so, dass du die Seasons noch einmal alle durchgehen musst. Genau. Nein, beim anderen hatte ich das Haus, nein, Gott, ich... Ja, okay. Du kannst nur in der Online-Dobby gehen, wo dann auch andere in dieser Season-Track sind. Genau. Du musst einmal die Tutorials durchspielen und danach hast du die offizielle Season-Track. Die Seasons halt. Ich rede mir nicht mehr. Ich rede mir nicht mehr. Boah, nein. Nicht schlecht. Vito-Säger. ja dass so viele sterben schon wieder sehe ich oder hat mich auch gut erlebt was macht warum macht er nichts oh mein gott oh mein gott let's go immer so kurz vor dem win hier kann ich dieses ort auch kommen alter wer sieht das ist die mk5 die kriegst du direkt das ist wirklich der heck ja das war die supra so original so wie sie ist das ist die neue das ist die neue 2020er war das doch mit dem bmw motor es hat einen bmw motor der von bmw hergestellt wurde also ein deutsches motor motor stück deutscher 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 motor so ja kann ich das irgendwie überspringen das ist toll ich hätte das nicht übersprungen hätte man das trotzdem angeguckt ich höre nicht die stadt was du hörst nichts okay aber der jesk oder der weiße das hinter war der mitsubishi da ist der arm gewonnen der ganz neue der ist auch nur in dem bmw auch nichts der porsche kann ich auch was nicht offen ok als sehen das aber hat die c8 nebenbei gesagt gerade in dieser garage da ist der orange dann das ist ja die bekomme ich doch den kriegst du auch vor vier richtig geiles auto ich muss jetzt drinnen springen und dann fahren oder was genau so ein bisschen fassen für wisse also es kam auch ein fassen für wissern sozusagen das spielt jetzt nach dem vierten das heißt du bist gerade frisch aus london raus endlich aus london was habe ich aus england weil ich verstehe gerade das ist so leise ich hasse es warum ist es immer so laut ja alles gut ich weiß das ist immer ziemlich laut und ich werde jetzt auch nicht ändern können du kannst es jetzt ändern aber doch ja 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 das ist jetzt bis 100 davor ja hier kannst du viel schöner einstellen muss ich sagen auto sollte man schon hören können also das ist ja ich würde ich würde musik immer lauter leiser machen musik ist irgendwie immer das schlimmste muss ich sagen musik ist nun müssen oben ist weiter oben da radio und sowas als reifen würde ich auch empfinden ein bisschen leiser zu machen weil die reifen klitschen überlaut nicht perfekt wird mach alles mal alles auf 60 und dann guck ob es dir passt wenn nicht dann ist der gps baut aus warum meine fressen was ist denn mit dem gps ist meist als gps sagt die halt in welche richtung gefahren muss das sehe ich doch was wir haben sie es auch ja manchmal ich hasse es wirklich ja dann mach ich das auch mal das weiß ich rupe natürlich dann das furcht 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 alter das ist immer noch viel zu schnell alter ja warum steht hier noch ein dragon boy wo ist das sogar ist das sogar unser dragon boy hast du einen zweiter account Das ist sogar unser Dragonboy, glaube ich, weil der random hier steht. Ah, yes, okay. Das ist unser Dragonboy. Moin. Moin. Ey, ich werde langsam behindert mit den ganzen Leuten, die jetzt hier offline gehen und was anderes machen. Ja. So, raus mit dir. So, endlich, full team. Mit uns in den nächsten Raid. Drift? Was meinst du jetzt mit Drift? Ah, und hier kann ich dir wirklich richtig geiles Tuning geben und sonst was. Wenn du möchtest. Ich habe ein richtig geiles Drift-Tuning, Liga. Mit dem ich damals einfach mal in den Top 100 in den ganzen Drifts-Sachen kam. Das will ich dann durchgeben. Weil du mehr FPS haben willst, kannst du auch vertikale Synchronisation ausmachen. Aber ich würde dir empfehlen, das anzulassen. Das ist der Zweck-Gruppel. Den Kopf-Gruppelz auch. Hier ist es eh viel angenehmer mit vertikale, weil das hier sehr schnell auch ist, wenn du mit Autos 300 km h fährst, würde ich sagen. Da sieht vertikale Synchronisation aber nochmal besser aus. Ich würde mich auch nicht mehr machen, weil du mit Autos 300 km h fährst. Das ist eine Werteilung. Das ist aber echt nicht so geil. oh mein Gott, let's go nice na Dragon Boy, wie geht's? oh, 20 GB, da komm ich noch dauert ein bisschen Zeit machen wir hier aufbauen, fertig gemütlich, wieder Zeit, gemütlich zu machen wir sind schon 100 nice oh ja, ein bisschen Verkehr ja ich hoffe ich muss jetzt nicht die ganze Zeit rausspringen weiter das ist schon ein bisschen nervig ah 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 machen wir Joint Operation, ja hast du Points? wie bitte du Points hast für die Joint Operation also was ich nicht verstehe ist wenn ich bei Social und dann bei Mentor gehe da steht bei mir noch immer verständliche Assist 0 von 3 verständliche erhalte Assist 0 von 6 und verständliche Geschenke 0 von 3 aber wir haben doch jetzt schon Aktivitäten gemacht wo wir eigentlich das ist nur für den Mentor ah, nur für den Mentor okay, okay Geschenke kann ich dir auch schenken ich kann dir später wenn wir ein bisschen mehr also wenn wir mehr verbunden sind dann kriegen wir halt bessere also kann ich dir zum Beispiel Geschenke senden und sonstigen Scheiß brauchst du Joint Operation? wenn nicht, mach ich einfach die einfachste Stufe und wir waschen einfach schnell durch oder willst du Kisten öffnen? äh, Kisten können wir öffnen okay gut äh, welche muss ich jetzt starten? du bist Level 60 noch, ne? äh, ja äh, also 69 okay und ja, Justin, es gibt auch Sandstörme, die einfach mal kommen, ne? wie du da grad im Tutorial siehst eigentlich das ist auch größer schon hm? wie findest du die C8? das Out? Sotpower das muss ja so sein ach, jetzt kommt wieder der Sop ne, jetzt fährst du den fort, war das glaub ich oder ein Land Rover, ich bin grad nicht sicher ja, da vorne diese ich mag nicht recht ich glaub das war eigentlich ein Fort müsste sogar warmer als der neue gewesen sein ja, das ist Porsche ah ja, ok, Porsche Porsche fürs Gelände? hab ich nie gesehen hier kannst du sogar oh mein Gott hier kriegst du sogar einen Porsche, der fürs Gelände ist wie gemacht ist wenn du alle Porsche Club, äh, hast wie man kaufen kann im Store also in dem richtigen also nicht in den Play Store sondern in den sozusagen wie als wär das ein richtiger Laden halt hier noch ja es gibt dir einmal das Auktionshaus und einmal so ein in der Art alles wird das muss man schon richtig langen Laden halten ich weiß das es gibt ich weiß es gibt das es ist es ist es ist das ist Das war's für mich. Oh, aber Grafik sieht bei dir gut aus. Ja, Grafik ist irgendwie löscherisch, keine Ahnung wieso jetzt. Ich meine nicht bei dir, ich meine bei... Also bei mir, keine Ahnung, weil du im Stream schaust, das sieht momentan sehr komisch aus. Ne, ich meinte nicht bei dir, ach so, ja, das sehe ich auch gerade bei dir, was ist das? Okay gut, ich meinte gerade bei Ihnen, dass es sehr gut aussieht. Jetzt kommt der Armgy One, eins der schönsten Autos in dem Spiel, muss ich sagen, es macht echt Spaß zu fahren, du kannst nämlich selbst entscheiden, ob du in den Sportmodus gehst oder nicht, der hat den Sportmodus, wo dann den Spoiler rausfährt, auch richtig nice. Mach ich nach rein und wieder raus. Äh, das kannst du nur mit dem Stehen machen, kannst du den Modus wechseln, aber willst du jetzt glaube ich nicht dich hinstellen? Ja, das ist ein deutsches Autor. Sehr gut. Ja. Der hat einen Formel 1 Motor, soweit ich weiß, war das. Hybrid Motor. Das müsste aber auch die Lenkung dafür haben. Nicht wirklich. Der Motor heißt nicht Lenkung, weißt du, aber der ist halt sehr gut eingestellt, also du kannst richtig gut mit dem fahren. Ja sicher. Ja. Als Kochmann geht das ja auch richtig gut. Also ich wollte vergessen rauszugehen. Alexander Kerou. Ich objectiv zu fahren. Ja ich upgrade. Lieber ich steh einen, einales mutualer schlima PERI-US 얼�ens Robert und hier mit dem angeblichen Ogni Kken holistic operativ für sendeniso. Ja das Professor, das sind Baumwolläuel, beim Bauern und richtig heißen Thorcriber. wird geschätzt, dass der über 530 kmh schafft. Was ist denn im echten Leben oder? Im echten Leben, ja. Im echten Leben. Über 530 kmh. Aber ich glaube noch nie ist jemand zu schläge. Das muss ja wirklich abkürzen, dass ich jedenfalls überhole. Wenn man die nächste Joint... Hast du noch auch Points? Äh, ich guck mal. Was müsste ich noch Points haben? So, können wir gleich gucken. Sowieso glaube ich, habe ich auch noch einen Trank. So, ich spiele die von dem ersten Teil. Ja, vom vierten Teil. Wenn es die gibt... Ah ja, da ist sie. Ja, das sieht einfach so heil aus. Und vielleicht nicht die... So, ich muss das mal kurz raus. Prothesen, Digga. Prothesen muss denen. Ja, du kannst hier viel, viel, viel mehr customizen. Ja. Geh hier und denen einfach schauen. Hahaha. Digga. Dreadlocks, Digga. Let's go. Hier sind wir für Kreis. Geh hier. Ehh. Aaah! Das geht ja gar nicht Ich hatte die hier Bögele, Digga, WTF Das ist neu. Das kenn ich selber nicht Nein, du willst dich weiblich machen, glaub mir. Nein. Oh, wie gesagt, ich hab's geschrieben. Das ist mir auch mal, ne? By the way, falls du die weibliche Stimme erkennst, das ist crazy. Erkennst du die weibliche Stimme? Grundsprecherin? Ist die vom vierten Teil? Ne, ne? Nein, die hat Isokatano gesprochen. Was ist da aus, Juni? Doch, ja, Digga, ich hab dir erst als sowas geguckt. Ich hab's nicht rausgehört. Der X, du bist immer X, Digga. Ja, ja. Du bist Mr. X, oder was? Mr. X. Ja, Mexiko. Ich bin gleich wieder da, bis gleich. So. Ah, jetzt kann ich rausgehen. Ja, ne. Ich bin richtig lächst, ich bin hier. Ich bin hier nicht weggekannter. Ich bin hier nicht weggekannter. Von derítelten haben. Ich bin hier nicht weggeworfen. Das ist schon einfach. Ich bin hier nicht zu sagen. Wieso? ...deziertos, jungla, piramides, belleza de México. ...deziertos. 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 ... 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Soll ich das jetzt auch fertig haben? Eine Sache noch. Okay. Das ist zum Beispiel ein Hooligan, mit dem du gerade fährst, ne? Ja, du fährst. Das ist ein Fortgetumpfung von Hooligan halt. Zu schnell, pass auf. Ich habe das schon gedacht. Ich glaube, das ist echt geil, Läger. Aber absolut scheiße zum Fahren. Oh, das ist tot. Oh, das ist tot. Das war's für heute. Das war's für mich. Okay. Ich bin dann auch erstmal raus aus Horror Fantasy, ich kann jetzt Pause abspielen. Oh, den Stress. Auf jeden Fall später nochmal Horror Fantasy beim Spielen, ne? Jo. Justin, ich komme jetzt, ne? Ich muss aber noch schnell dein Haus verschalten. Ja, ich weiß nicht, wo ich hinfasse oder was, ja. Festwegelände, da wo du grad hinfährst. Also du bist schon richtig. Ich muss eh jetzt noch Daten synchronisieren, das dauert eh keine Ahnung wie lang. Jetzt kriegst du das VW-Rennen. Hm, das VW-Rennen. Das müsste machen. Das VW-Rennen. Ich habe versucht, Düften aus mir abzunehmen. Düften kann ich hier nicht empfehlen mit Autos, die nicht für Düften ausgelegt sind. Das ist dann immer sehr schwierig. Wie gesagt, ich kann dir dann ein Düftauto rüber geben. Mit meinem persönlichen Tuning am besten gleich mit drauf. Was? Ich habe das komplett feingetunet. Das war's löse. Oh, das war's. Oh, ich kann das Auto, schaust dir das mal an. Brauchst du nichts, was da? Ja, da ist ein Desko. Ne, Gera. Das meine ich. Oh. Ich habe die AP. Ich habe die AP, Alter. Yo, tschüss. Was soll ich für den Bordschuss mal spielen, ja? Yep. Aber das hat ja Spaß, ey. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht, oder? Wie ist das da hier? Ich hoffe, wir müssen uns essen. Ich hoffe, wir müssen uns essen. Ich hoffe, wir müssen uns essen. Dieses Lenkrad ist so riesig. Ja. Ah, das habe ich geschlossen. Ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Ich schieb vor, ich schieb vor, ich schieb vor. Soll ich jetzt den fucking Truck fahren? Was ist das jetzt? Yep! Können wir den jetzt auch kaufen oder was? So drifft es dieses Ding hier? So hier? So, das müsste dann auch gemacht sein. Ja. Digga. Aufsache, ihr fährt da hin mit diesen, keine Ahnung, was das für ein Auto war und zurück auf einmal mit einem Truck, Digga, hä? Hä? Aber ja, das ist doch irgendwie dieser Truck. Wer weiß das schon? Ja. 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 Ich komme gleich wieder. du musst jetzt 5.000 punkte sammeln das ist easy ich würde empfehlen die blauen rennen zu machen die sind easy oder die roten sachen als erstes aber ich weiß nicht ob du das mit deinem aktuellen auto schaffst wollen wir die roten sachen an das ist zum beispiel ein jump ich würde lieber die blauen rennen da machen du machst direkt das was bei dir ist das ist auch ganz einfach ich gerade ist nicht weit weg kannst du dich starten da ist auch so zum zahlen ja mann die korvetter und ich hab dies am stärksten ich glaube ich würde die supra nehmen ja und achso nimm den bronco glaube ich ja bronco würde ich empfehlen der ist der beste dafür weil der ist das maximum level für b 700 weil du mit abends zu ganz am anfang das heißt die bots werden auch sehr stark sein also die werden bis 800 dann stark sein achso also wenn du als b nimmst dann bist du direkt am maximum level angelangt und ja das ist ein starkes auto für b das ist ein auto gesehen auf einmal hat es zur szene gewechselt weißt du was ich meine nö kann mich nicht daran erinnern ja da bin ich da warst du zumindestens mein name wird einfach abends und einfach Vielen Dank. Tschüss, Alter. Aber mein Forza ist auch eigentlich richtig fertig. So Leute, mein Forza ist fertig runtergeladen. So Leute, mein Forza ist fertig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 96 prozent dieser scheiß synchronisierung 99 prozent, let's go 70 prozent, let's go immer nur 90 prozent das ist ein älterer damaliges dinge am akad auch So, bin wieder da. Oh mein Gott, das ist laut. Ja, ich bin online. Wie es aussieht. Hast du das? Guck mal, ob du online gehen kannst, weil du hast eine Online-Lobby. Ja, deswegen ja. Äh, online? Weiter, weiter? Ja. Äh, oh, anscheinend schon, du bist online. Da kann ich mir schon mal ein Auto aussuchen. Das ist so. Ich habe mich jetzt mit der Disco. Ah, will ich jetzt hier alle drei von der Arktur haben. Ich denke, hause verschenken. Hier wurde ein 2022 Coupa urban Rebellen-Konzept. Boah, mach einfach. Alter, du kannst so viele Autos bekommen. BMW, EA, Bugatti, Bivou, Mercedes-Benz, Digger. Nissan, Nissan, Digger. Jaguar, eh, Jeep, Volkswagen. Ja, den hab ich ja. Boach weiter. Nochmal draußen. Mach die, mach die, mach die, Spence. Echt drauf. Ja? Achso. Ja. Ah, der ist scheiße. Ein Land Rover, wenn er das hochkommt. Arme Vela. Oh mein Gott. Einfach ein Lamborghini, ein Lambosesto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, der ist ja schon gewesen, Digger. Oh, ja. Als kriegt der noch Peck, Lucky und Fausa, oder was? Pasarati, Levante. Digger schockiert, Alter. Ja, das bin ich auch schockiert, Alter. Ja, du kannst die ganzen Autos da abholen. Ich schenke Voraus auf. Ich schenke Voraus auf. Oh, Voraus auf. Ja, Voraus auf. Ja, dann viel Spaß, wir haben abholen. Zona hat Trägen geschenkt. Da haben Lotto ordentlich Neulingen was geschenkt. Als ich Voraus auf gestattet habe, hat man gar nichts bekommen. Das sind, by the way, Autos von Spielern, ne? Nebenbei gesagt. Die haben, das haben, Spieler haben an dir geschenkt. Man kann einstellen, also du kannst Autos auch verschenken an neue Spieler zum Beispiel. Du wurdest gerade ordentlich beschenkt. Und die könnten schon Mods aussehen oder was? Äh, schwierig. Die meisten verschenken Autos, die so eine, weil das doppelte Autos sind oder sonst was. Ich kann dir was geben. Ich kann dir ein paar Autos geben, die gut getrunken sind. Alles gut, ich weiß, was wir das hier reinnehmen. I don't. Autofisch, hink ein Autofisch. Oder auch ein Porsche. Der 918 Spyder. Auch ein Hypercar. Den hab ich doch eingeschrieben. Den Chef. Den dort da ist, ja. Teilungsgegenstand. Kann ich nicht annämen. Keine Ahnung warum. Herunterladen. Kippen. Die Maschinen. Die Maschinen. Das habt ich einfach die ganze Zeit Geld ausgegeben. Autos. Koppel. Der DIVO sieht so gut aus. Das ist ein Bugatti. Der Uran-Rebell. Der sieht aus, als wäre er gemacht worden. Ja, das ist dann der Zink. Das sieht auch gut aus. Sagen wir. Ach, hier ist mir etwas Besonderes. Noch ein Wiesmann. Man schaltet jetzt dein Haus frei. Da kostet mich nicht Probleme. So. Komm. Jetzt brauche ich rein. Der hatte die DIVO. Der hatte die DIVO geschenkt. Der hatte die DIVO. Der hatte die DIVO, dass würde. Aber dann ist sie an der DIVO. Ja, es ist schon an der DIVO. Eine DIVO. Was ist, dass ich da wegkomme? Wie kann ich meine eigenen Autos machen? Meiner eigenen Autos? Ja Ähm, geh mal bei... Na hab Ah, hast schon Digga, what the fuck? Achso, das ist aber die gleichen Leute, das sagt, was ich... Ja, dann hat ja anscheinend jemand den geschickt Ha, du hast ihn doppelt bekommen Ja Ja Ich höre, der sieht irgendwie aus, als wäre er gemottet Konzept Ja, hier, den hab ich jetzt auch zweimal Ja Ich hab ein Auto, was einfach 1, äh, 2,1 ist Wurde 1,1 2,0 In die... In die... Der 2,5 Weiß aber noch nicht, ob's geht Kannst du versuchen, mich einzuladen vielleicht? Weiß nicht... Kommst du bei einer Einladung? Bestimmt noch nicht, ne? Kriegst du bei Xbox Ja, ich hab einen abkommen Weil... Weil... Aber ob's dann geht? Mal gucken Ich hab... Ich war mir nicht sicher, dass du erst dein Haus haben musst Ah ne, du bist drin Wo bist du gerade? Komm ich zu dir Keine Ahnung, das steht klar Ja Digga, ist schon ein bisschen cheaten, dass ich dieses Auto habe, oder? Nö, nicht wirklich Du hast es ja nicht getunt, oder so Äh, bleib mal kurz da, wo du bist Digga, bist du sicher, dass es nicht getunt ist? Jep Das Ding fährt alleine In Bezug schon 380 kmh Ist für die Kurven ausgelegt, deswegen nur so wenig Also Anführungszeichen so wenig Ich... Hier ist mein Porsche Steh den auch ab? Ne, den hast du nicht, der kostet 20 Millionen Welches wollte du? Etwa... Die... Ein Porsche? Äh, ja, du hast einen Porsche da Könntest den... Ich habe einen S1er Porsche Ja, den Taycan, aber der ist scheiße Nimm den 2er Kannst du denn noch Tune gehen, wenn du möchtest? Du wolltest mich noch den Skylern holen? Ja, kann ich auch noch mehr Ich würde es noch mal bei dir geben Ja, dann... Ich weiß aber noch nicht, ob... Du brauchst halt dein Haus dafür Folg mir erstmal Wir gucken mal, ob du ins... Festival rein kannst Da kannst du nämlich auch, äh, Autos kaufen Du... Boah, denk ich, ich muss das noch bestätigen Ich muss das noch bestätigen Ach, das ist der mit dem Design, den habe ich auch geschenkt bekommen Den hat man geschenkt bekommen für irgendeinen Xbox-Scheiß So, dann fahren wir mal zum ersten Festival Wollen Was wirst du sagen, wohin? So, folg mir einfach Warte, ich muss umfragen Boah, Achtung Was da kam Hei, wieder bloß der Fahrt Ja Prüß dich, Digga, oder so Hat meiner mehr Power, oder? Äh, nein, nein, er ist stärker Meiner... Ich hab meiner aber auch nicht max getuht Ich wollte den so auf die Stärke haben Achso Oh, das soll der, ja Alles gut Ich weiß nicht, wo du landen möchtest, deswegen Alles gut Du kannst auch ausstehen, dass dein Auto nicht gedamaged wird, ne? Für die, ich finde das gut für die freie Rumfahrt Falls irgendwelche Leute dich haben, dann ist es nicht so schlimm Woher ich jemanden habe Oder so, ja Dann geht dein Auto halt nicht kaputt Und dann geht's mit diesem Reifen Ich bin jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Du kannst den Training Du hast die Karte geöffnet Ja, ein Kabel Achso Meine Autos Hier kann ich diese Doppelte wegmachen Geh mal auf Buy and Sell Das erste direkt Kaufen, Verkaufen Oh, du kannst ins Auktionshaus Gut, dann Lass mich dir eine Supra geben Am besten Noch nicht, noch nicht Uff, ich habe gerade Bei Skylight Ich habe hier eine Silvia noch übrig Die ist auch richtig geil Warte mal Du kannst ja ruhig mal einen Streamer machen Damit ich das sehe Achso, ja Die ist ungetuned Die ich gerade habe Aber getuned Ist die richtig geil Das ist die ungetunte Variante Das ist die getunte Variante Das hier ist getunt Das ist ungetuned Also du kannst in dem Auto Richtig geile Geile Sachen machen Ich habe zufälligerweise zwei Den könnte ich dir einen geben Wenn du möchtest Ja, wenn es nichts kostet Du machst das Ja Ich mache den so billig wie es geht Dann musst du einmal Buy and Sell gehen Dann Auktionshaus Und ich starte den jetzt Die Auktion mit dem Auto Ja, warte, warte Dann gehst du auf Ja, Auktionssuchen Dann machst du Mehr Mehr Also Nein, nein, zurück Dann machst du Mehr erweiterte Auktionen VierEck Und dann gibst du bei GameAttack Einfach meinen Namen ein Wenn ich hier in-game habe X Feel No Mercy Ah, du musst mit Tastatur schreiben X Feel No Mercy, ja X Feel No Mercy Ja, genau So wie du gerade gesehen hast Das ist X klein Das ist, äh, groß Genau So beschissen Im Dunkeln zu schreiben Also, hä? Keine Beleuchtung unter der Tastatur Doch, aber leider unter der Tastatur Das ist so behindert Es ist ja egal, dass das alles so auf jeden Fall So richtig geschrieben, oder? Äh, N groß Das N groß Und das N Und das M Jo So, warte, ich mach das Auto jetzt rein Für 19.000 Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht Jo, jo, alles Ach, 19.000 hab ich nicht Ist drinnen Hast du, hast du, hast du Bieden, sofort noch Genau Doch, bieden können, jetzt sind abgehend wir Nee, nee, das geht nicht Da muss man eine Stunde auf den Countdown da warten In der Zeit In der Zeit hat locker jemand anderes Das Auto schon abgeschnappt für den billigen Preis Äh, Porsche, was hab ich denn da so doppelt Gerade rechts So, und jetzt wolltest du noch ein GTR haben, ne? Da muss ich, kauf ich dir einfach mal Warte, ich hol dir erstmal nochmal Ich kauf dir nochmal eine Supra, eine komplett neue Als der ältere Modell Ja, aber ich mein halt, dass die frisch ist Also, die ist noch komplett unbenutzt, die Supra Dann Das kannst du auch sehen, wie viele, die schon gefahren ist Und so ein Scheiß, hättest du die von anderen Spielern abkaufst, ne? Aber ich will dir eine komplett frisch neue Die noch gar nicht gefahren ist So, halt, der Wölsch So Da hast du so viele Autos, du kannst doch gleich so und da nicht Toyota, hier haben wir's So, dann haben wir die Supra Hier, die Supra, ne? Genau, okay Cool, dann weißt du, dass ich es selber mitmachen kann Wenn's geht Äh, ja Ich mach dir dann gleich mein Tuning mit drauf Das ist richtig gut Also, es ist aber für dürften, ne? Für dürften Das ist dann ein dürftauto, dann, ja? Die Supra Die Skyline hätt ich auch Skyline hätt ich eher für Races benutzt, aber kannst du auch machen Ja So, dann Machen wir mal das Tuning drauf Äh Feins Tuning und dann My Favorites Da müsste doch eins sein Da ist es nicht Gut, dann Lass ich mal Schauen Creator, genau Oh, welches ist das? Drift Schon Perfekt Kannst du mich nochmal 100.000? Egal Ich kann das immer noch ändern mit dem Design und sowas, oder? Design kannst du ändern, ja, aber Was Tick angeht, nichts ändern Sonst schmeißt du mein Mein Tuning runter und dann kriegst du das nicht nochmal zurückkostenlos Ich habe gerade 99.000 dafür bezahlt Also wäre nett, wenn du es nicht machen würdest Also du kannst es gerne machen, wenn du möchtest Wenn es dir nicht gefällt, aber dann habe ich das halt umsonst ausgegeben So Kannst direkt dann ready machen Jawohl Muss erstmal kurz in ein anderes Auto reinsetzen Zurück Ja Sollte noch drin sein, der Name, gut Ich mach den Ich mach schnell den Supra rein, oder? Wo ist das Auto jetzt? Achso Soll ich halt los Toyota Äh, die Das mit mir Das ist okay Design kannst du dann selber noch eins rausruhen Boah, ich würde das für 500.000 wegbekommen, ne? Ich kann dir das runter machen bis zu 21.000, denke ich Also da musst du richtig schnell dann sein Du musst bei Rain nicht draufgehen aufs Auto Du kannst instant, wenn du es aufs Auto bist, kannst du um Viereck drücken Wenn du es siehst Sobald Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt kannst du suchen Dann drücken wir auf Viereck Ne, sowas nicht Okay, dann war es Dreieck Dreieck dann Egal, mach es sofort kaufen Fast Du musst dir das Auto aber noch abholen, ne? So, dann wolltest du noch einen GTR haben, ne? Nissan Den alten, ne? Dann besorge ich den mal auch rein schnell Sieht nicht übertreffend aus, als Bad Ist halt fürs Driften gedacht Also alles hat da seine Funktion Ja Ich finde zum Beispiel die Front nicht so schön Aber, was soll man machen? Es hilft beim Driften Und zwar enorm Das ist so Jetzt brauchen wir nur noch Den Skyline Den Skyline Den alten wolltest du, ne? Ja So Der kostet mich 63.000 Nein Ich mach dir direkt Tuning mit drauf und allem Willst du dir direkt ein Design aussuchen hier? Ja, what the fuck is that? Das ist ein bisschen Gemischung aus Power Walker Design Das ist alles, was bei Walker Benutz sagt Ja, was zum feg ist das? Das ist ein tolles Blau Und dann bekommen wir meinen Stream rein Was ist das für ein Design? Was machen die hier? Was? Das sieht eigentlich aus wie das von Most Wanted Also das ist das Heck, ne? Und dann einfach so ein Rape, Digga Was zum feg Das sieht aber nice aus, muss ich sagen Der hat sich echt viel Mühe gegeben Guck ich mir mal an Ja, dieser Typ hat sich auch eigentlich viel viel Mühe gegeben Ich glaub nicht, dass du es einfach so schaffst Muss man zugeben Jupp Boah, das sieht nice aus Ja, ich mach kein Auto auf dem Auto zu haben Paul Walker Sogar Sogar mit Unterschrift, Digga Shoot, I almost I almost Halt you Das ist richtig nice gemacht Hättest du ruhig kaufen, was du möchtest? Das fühle ich anders, Digga Was du für dich selbst halt kaufen? Wow Das ist wohl nicht für dich Ja Hast du hier noch irgendwas, das dir gefällt? Das ist zum Beispiel das Standard Paul Walker Design Was jeder kennt Man kann auch noch was suchen Hast du irgendwas, was du gerne auf dem Auto haben willst? Einfach an der mir kommen Meine Waifu Ja, ja Ja genau Alter, hier ist einfach Ray Hey Ernst Ich kenne das aber nicht so richtig Ray von Evangelion Die kommt jetzt in Tower of Fantasy rein Also nein, ich warte jetzt streamen sich nicht mehr Achso, warte, ich muss da auch mal hingehen Boah, das ist auch nice Das sieht nice aus Damn Auch richtig geil aus, Digga Was willst du denn hier haben? Was willst du denn hier haben? Nein Alle möglichen, das ist einfach mal so reinbekommen oder was? Oh, der ist, äh Sieht aus wie Wie hält die Welches? Welches? Äh, dieses Ice-T-Ding Von der Liberic Posted Liberic Rebellified Blue Ice-T-Ding? Das hier? Ah, das, willst du es haben? Nein Das Romier wird I have the high ground I have the high ground You will choose Nice 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 Ah, Hinata Geil Rose sieht nice aus So Das Rote ist das hier? Weiß, ne? Ja, ich... Wir gucken uns mal an Wir gucken uns mal eine Punan an Vielleicht gefällt es dir Naan auch Na, es geht Nicht so meins Ja Aber hat er auch gut gemacht, Digga Hat er echt gut gemacht Ja, man sich vorstellt, dass das Alles hier selber gemacht werden musste Crazy Decker, dieser Typ, wie lange das er geführt hat Nicht der jetzt, sondern der andere da durchschütten Ja Sieht auch nice aus der Purple Hast du hier irgendwas? Was angucken willst? Komm mal den Purple an Komm mal den Purple an Das hier? Okay Machen wir, machen wir Warte mal, ich könnte doch eigentlich auch schon bei mir Könntest du auch Dann mach ich halt gar kein Design drauf Das ist ja das Purple Design Oh, das sieht auch nice aus Das sieht cool aus Ja Ich weiß halt nicht wer das ist, aber es sieht cool aus Mit Worlds kannst du mir das hier kaufen Das ist genau so mit diesem Design Und dann mit deinem Bodykit und so Also mit dem Tuning von dir Ich hab leider kein Tuning für das Auto, aber wir können schnell eins zusammenbauen Also Optik Tuning kann ich für dich machen Im Tuning mach ich einfach, was willst du für ein Auto haben? Willst du einfach ein Maximum haben? Was ging? Also was geht Oder willst du ein Auto haben, was schon angepasst ist an einer Stufe? Für A-Rennen, B-Rennen und sowas halt Äh, angepasst würde ich sagen Gut, dann gucken wir mal Upgrade Tuning Custom Upgrade So, machen wir erstmal das Optische So vorne Kannst du dir eine Front aussuchen Bitte auf jeden Fall die nicht Danke Richtig Von Abflug oder was? Ja Es sei denn du willst die, aber ich find die absolut hässlich Nee Ich hab ja diese Leuchte sollten weg Also Nismo ist geil Nismo Tuning liebe ich immer Nismo kann man immer drauf nehmen Was hast du drauf gemacht? Das ist aber auch nicht schlecht Ist das Nismo? Das Beste für mich Ist Nismo? Okay, dann lassen wir das direkt drauf Nismo ist immer gut Da macht man nicht viel falsch Da gibt's eigentlich alles, glaub ich, von Nismo Ah, kein Nismo Spoiler Ich glaub Ja Willst du ein Custom Spoiler haben Oder willst du den Standard Spoiler lassen? Ja, mach mal den Rechten Warte, ne Rechts Kann sich den auch noch irgend... Warte Also den Rechts Meinst du den hier, ne? Ja Ja, das sieht nicht mal schlecht aus Hmhm Ich find den sogar besser Nur meine Meinung Aber wenn du den besser findest, dann können wir auch den nehmen Ist kein Problem Willst du den? Ähm Warum hat Nismo einfach keinen? Weil der, weil der standardmäßig auch ohne Spoiler verkauft wurde damals Konntest du irgendwie da mit oder ohne? Das war doch der hier Das war doch der Standard Spoiler Ich glaub wir die Strafe Ähm Es war halt eher klein, aber glaub ich Kann man nicht so sehen Welchen willst du haben? Den zweiten nochmal Den hier? Den zweiten nochmal Ach den zweiten, Top Secret Ja Das ist Forza, Top Secret So kannst du ihn orientieren Ich weiß ja, weil du das von hinten und von oben sehn Ich mach einfach mal hier Ganze Graddrehung Mal von oben hier Oben würde der so aussehen Ich hatte den auf den damaligen RP-Server gespielt haben Hab ich den drauf gehabt? Ja, dann mach einfach drauf Das ist schon Schwig Drauf, ok So, Hack Können wir ändern Willst du gleich auch wieder Nismo Oder willst du noch die anderen angucken? Bei mir Der sieht auch nice aus Der ist nice Da steht immer so Skyline hinten Oh, bei Nismo auch Oh, steht bei allen Seh ich gerade Ja, genau Der ist nice aus Oh, nismo? Ok Äh, hier Wahrscheinlich auch Nismo, aber wir können trotzdem mal gucken Hast du was gefunden oder willst du gar nichts? Top Secret sieht da ja nicht wahrscheinlich aus Top Secret? Können wir machen Ja, ich weiß nicht, das passt irgendwie besser rein Das geht ein bisschen auf Drag, sehe ich sogar gerade Das ist das Einzige, was einen Vorteil bringt, guck Da kriegst ein bisschen Drag-Vorteile Geht ein bisschen auf Speed So Felgen Was machen wir da? Wollen wir erstmal dicke Räder machen? Ja Welche Größe willst du haben? Ich weiß nicht, welche gut ist Äh, rein optisch machen wir einfach mal Aber anscheinend die Beste wäre halt das Dickste Wären die besten Reifen Laut Statistik Machen wir hinten einfach genau das gleiche Ich hab schon 40 Moment Ja, lass doch schnell das Auto fertig machen Jo Ja lass es weiter in Weiter in? Ja Das ganz Das normale oder? Das Rote oder so Das Rote oder so Das Rote oder so Okay Vorne würde ich es eigentlich sogar so lassen Es sei denn du willst es auch so haben Ja, ne was Rein? Okay Nein, nein, nein Das wird das erste Nicht rein? Ja Okay So, Felgen Da gibt es so viele Danke aber welche dir interessant gefallen Wie du dir näher angucken müsstest Ja Äh, wo du gerade hochbaus nachschleißen musst So, das ist jetzt mal raus So So, das ist jetzt mal raus So Und da gut Auch wenn ich das heute Ich würde ich mal so Ich konnte mal langsam rutschen und sagt dann einfach so Ja, doch, doch Ja, mir Dann, äh, das erste links Äh, rechts Das erste rechts Genau Ja 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 In der Mitte Nein, also Mitte, richtig Mitte Achso, ja Die gefallen mir Okay, wir können die natürlich auch lackieren Mal gucken Ich finde die passen zu dem Auto, aber Na okay, nicht die Aber so ähnliche halt Aber Wir können halt die machen, die du jetzt wolltest Das waren jetzt die hier, ne Dann machen wir die mal rein Könnte ich auch noch, äh, färben dann Das müssen wir dann aber beim Ja, beim Menü machen Basta Motor rein? Ja Aber die haben jetzt auch alle unterschiedlich an, ne Ja, das, ne Ich höre da nicht, konnte es sehen Es ist sehr selbstbewusst, äh, die Notstecker Ich weiß nicht, was ich damit meine, was Tabulator Ah, so So hört er sich an Ich weiß nicht Das ist nicht? Ja Du musst mal das Team anmachen, Sound Ist, ist Und dann starte ich mal neu So, jetzt? Nö Nö Die Notstecker aufhört sich Digga, ich muss es auch 200 machen, damit ich was höre Der, der ist halt scheiße Ja, scheiße, okay, und der hier? Das ist ein V10, das haben meistens Lamborghinis, um ehrlich zu sein Der höre sich ja best Warte, der? Der? Dann lassen wir den einfach drinnen Wir lassen den auf Allrad, oder? Allrad ist immer besser Sein, du willst mit dem düften, dann natürlich nicht Nö, Allrad Okay Boah, ich muss selber noch einen Wir können ja mal Wir brauchen kurz ein Band Wir machen kurz ein Turbo rein, dann hört sich das nochmal geiler an Hörst du das? Schlimmisch Das war drinnen Besetzt Der? Ja Digga, der ist ordentlich laut Machen wir mal Machen wir mal Machen wir mal alles auf Full Was geht Na, gucken wir mal Da ist direkt Voll Tuning drinnen Ich liebe Turbo Sounds Welchen findest du am besten? Justin? Ja 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 Er ist halt der Beste, anscheinend Der bringt Full Power Ja 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 Ich liebe Turbo Sounds Äh Machen den auf Rays, oder? Jo Er geht ja schön tief So Ballern wir das denn noch rein Natürlich mit Käfig rein Und Gewicht reduzieren Hm Das geht nicht auf das Das äh Gang schalten, ne? Ja Das geht nicht auf das Das äh Gang schalten, ne? Ja Das geht nicht auf Bei Armstrong Der macht Launch nochmal schneller Das hat schnellere Beschleunigung Oh ja Die gehen sogar noch höher Willst du schnellere Beschleunigung haben oder schnellere Endgeschwindigkeit? Das ist jetzt die Frage von dir Ja Okay, aber das ist halt Das Schwierige halt Meistens bei Rennst bist du eher mehr Profitierst du eher mehr von der Anfangsgeschwindigkeit Weil meistens kommst du in den meisten Rennen gar nicht auf deine Endgeschwindigkeit, you know? Wegen Kurven und sonst was Ah, okay Ja, dann geh auf Ja, dann geh auf Schwindigkeit Ja, dann geh auf Auf Endgeschwindigkeit? Auf Endgeschwindigkeit? Okay Ja Ich nehme den hier Der hat trotzdem noch eine schnelle Launch, das sehe ich gerade Ja Ja Der launcht trotzdem noch richtig schnell Aber da haben wir jetzt hier alles? Haben wir das? Ja So, jetzt hat wir gekauft Das haben wir auch Das haben wir auch, ja Motorhol ist ja den Standardlast, ne? Ja Ja Da haben sie die Scheiße angehört Ja Der Standardmäßig ist so laut, der hört sich so geil an Ja, der hat sich so geil an Gut, dann machen wir den jetzt fertig Install Zack Und dann schicke ich ihn dir rüber Ich komm schon Ich komm schon Ich komm schon Und dann schicke ich ihn dir rüber Ja Ich muss ihn nur gerade wieder umsetzen Ich komm schon Ich kann nicht das Auto verkaufen, wo ich drinnen sitz So Wenn ich auf jeden Fall erstmal schnell den Test fahren Und dann auch gleich Ja Jo Das ist echt gut aus, muss ich sagen Fällt mir das Auto Ja Wir haben uns für den Ausgeben War gar nicht so viel Ich krieg den runter Sogar 35.000 Alter Das ist billiger, als du ihn neu bekommst Und der ist ja neu Bin ja noch nicht mit ihm gefahren Du kriegst ihn einfach billiger Ja, obwohl er ganz neu ist und full getunt ist Crazy So, sobald er da ist Am besten direkt ruhig Vergiss nicht Treik zu drücken Treik und dann Zweimal runter und dann X Müsste es gewesen sein Oder so irgendwie Oder einmal runter und dann X Also so Playstation einstellen dann halt Ja, ja, ja So, passt Ist da, kannst Genau, einmal runter und dann X Wenn du das Richtig schnell kannst, kannst du auch snipen Dann kannst du dir die ganz teuren Autos snipen Die manche Leute an anderen Leuten verkaufen Wenn du jetzt auf das Auto drauf gehst Kannst du dir sogar die ganzen Statistiken angucken Und so, wie viel damit gefahren wurde Weil der Erstbesitzer vom Auto war und sowas Wie viele Besitzer das Auto schon hat und alles Ja Das sind alles so alte Autos Sind doch alte Autos, aber die sind richtig geil Und so, wie viel damit gefahren wird Oh, wie viel damit gefahren wird Der ist, ja Ja Und so, wie viel damit gefahren wird Und so, wie viel damit gefahren wird Und so, wie viel damit gefahren wird Ja Und wenn ich einfach so drauf gucke Und wenn ich einfach so drauf gucke, dann sehen die halt gleich aus Also für mich sind das halt nicht die gleichen Autos, ja Für dich sehen die halt alle eh nicht aus, deswegen Ja Ah, da ist sogar Instagram verlinkt Und sogar Instagram verlinkt Ja doch Ich seh's dir gern Komm mal zu dir, uns das Auto mal leiten Geh mal ins Auto-Menü Dann dann auf Autos Dann Dann gehen wir auf Auto wechseln Dann geh direkt auf dein Auto drauf Nein, nicht das Genau, dann geh mal da drauf Und dann kannst du Geschichte anzeigen Warte 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 Jetzt ist das noch gar nicht gefahren wird, gar nichts Zeit wird am Steuer, 30 Sekunden Eine Ist das noch gar nicht gefahren ist Mütz Warte 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 Ich wechsle auch zum Z我們 Wir sind Wir sind So Wir sind Halt Warte Warte Ich wächst auch zu Wie Warte 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 So, ich bin da. Esther, ich habe ein neues Auto gerade erhalten. Esther, ich habe ein neues Auto erhalten. Ich habe ein neues Auto erhalten. So, dann bitte ich es hier. Esther... ... hat die Telefonie geschlossen. der alte das ist der neue design bin ich auch also der neue gehrt neue gta bei mir meinen weg kann machen vergleich wie schnell die sind wie stark ist klicks einfach mal vier wenn der vor die so ungefähr steht zum beispiel ja also den gegner kannst du anschauen wenn wenn du hier auf ihn drückt da habe ich so weinig so ready der wohl ziehen bis 3123 Wir fahren komplett durch. Einfach weiter. Egal ob es da gleich die Straße endet, einfach weiterfahren. Oh, siehst du weg. Scheiße. Ich kann es nicht mehr machen. Mir geht es auch nicht mehr gut. Mach mal ein bisschen langsamer, damit ich wieder kommen kann. Nicht komplett abbrechen, ne? Nur damit ich wieder kommen kann. Oh, Alter, woher kommt der? Achtung! Oh mein Gott! Ich muss dir eine geile Strecke noch zeigen. Wollt ihr mal? Da gibt es so eine geile Gerade. Die wirst du lieben. Da kommen wir sogar aus. Nicht kaputt geht? Ja. Ich glaube, es war bei Einstellungen. Also bei Kampagne, Einstellungen, dann Schwierigkeit. Ja, ganz oben. Dann Schaden und Reifenabnutzung. Dann machst du pasmetisch. Ah ne, machst du noch... Machst du weg? Machst du noch eins rüber? Dann machst du keinen oder so. Wo ist das? Unter? Unter? Da. Okay, genau. Das speicherst du dann. Ah, let's go. Oh, mein Auto geht's. Das hat mich gut, merke ich gerade. Ich habe das nämlich auch realistisch eingestellt. Ich muss noch etwas einstellen. Ich habe das gerade auf Realistisch eingestellt. Und mein Motor hat gerade... Wollt nicht mehr mitmachen. Okay, let's go. Noch ein neues Reich. Warum habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht. Es ist nur kürzend. Ach, der oben da. Ich sehe es schon. Oh, der G ist auch gar nicht gut, Alter. Ich versuche, wenn ich einfach rein Gas gebe. So gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin selber wieder zurück. Ich werde abonnieren. Wir werden alle wieder zu dem Titel schiehen. Ich werde noch was zu tun. Is das gerade so zu sein? Nein, nein. Das ist die noch nicht. Aber die ist auch nice. Da kannst du einfach einen übel kratten Sprung machen. Jo, Dig, was passiert hier bei mir? Das Ding hat du wohl, Leute. Du drückst nach hinten oder so. Stickt hilft. Stickt hilft, ja. Stickt hilft. Endlich flustig. Ich werde noch mal wissen. Ich werde zu dem Tatort gewinnen. Komm mal. Was? Wo ist denn das ungefähr, dass du, dass ich da einfach hinfangen kann, oder dass ich nicht schaue, oder? Da besitze ich mich doch. Hier. Folgt mir einfach. Das ist direkt vor uns. Wir müssen eigentlich nur geradeaus fahren. Also einfach nur die Straße folgen. Oh, zu schnell. Da vorne sieht man schon. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott! Ich hab keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ey, wie ich wieder hochkomme. Da vorne sieht man's. Siehst du diese? Gerade Strecke. Da ist richtig nice. Hört man einfach. Ja genau. Dort können wir so schnell Gas geben, das ist nicht normal. Lass uns ein bisschen zusammen rumfahren, also bis dorthin und dann, wenn wir dort sind, geben wir einfach beide Vollgas, okay? Ja, warte. Was kommt gleich? Okay, let's go. Okay, let's go. Und dann wird's. Und dann wird's noch ein bisschen spielen, aber ich weiß nicht. es war schön mit desktop rausgehen was dann wieder irgendwelche sachen wieder resettet werden gute nacht so dann komme ich mal wieder tor fantasy ich mache weiter mit den story missionen und ich habe es nicht so gut wie ich es nicht so gut wie ich es nicht so gut wie ich es nicht so gut Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Ja. ... 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 Ich habe jetzt auch die andere Schuhe bekommen. Was ist die Schuhe, meinst du? Für auf die Berge hoch zu klettern. Achso, achso. Was ist die Schuhe? 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 Ja. Vielen Dank. 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 Ja, genau. Ui. Ich bin ja schon gerade in deinem Team. So kann ich halt auch zu dir kommen, ohne dass wir in deinem Team sind. Herbeilrufen, so. Danke. Das ist nämlich echt praktisch, muss ich sagen. Komm, ich möchte dich mal besuchen, und du mein neun. Moin. Hast du ja wieder neue Kleider gekauft. Nee, nee, die hatte ich schon vorher. Die habe ich schon Battle Pass bekommen, vom damaligen. Guck das Pan an. Der Pan Pan. Das sind ab jetzt Verwandte. Entfernte Cousins sind was, weißt du? Ja. Tja, trinkst du mir die Flasche? Warum trinkt deiner noch nicht? Doch, der trinkt jetzt. Was denn? Trank gerade. Ich habe das nicht bei dir gesehen. Das müsste jetzt gleich mit dem Stream kommen. Ja, das habe ich schon gesehen im Stream. Okay. Aber, sagen wir mal so, guck mal, jetzt nimmt der bei dir ja gerade die Flasche, ne? Ja. Aber bei mir zum Beispiel nicht. Jetzt macht er es erst bei mir. Also, das müsste grohen. Schade. Aber der scheint echt geil. Soll ich dir mal noch ein paar andere zeigen? Ich habe zum Beispiel noch den hier. Den hatte ich am Anfang. Den kennst du ja noch, ne? Haben wir die alle verschiedene Eigenschaften? Ja. Dann habe ich noch den hier. Der ist cool. Der ist zum Beispiel gut für Physik, weil der halt auch für sich alt ist. Ja, und dann habe ich halt noch die Standarddinger gerade aktuell. Aber ich will mir als nächstes wahrscheinlich irgendwie das neue oder Flame Sparrow freischalten. Aber ich glaube eher Flame Sparrow. Also der Vogel da. Der ist ein bisschen besser. Es gibt einige. Ah, die muss man dann sich auch quasi so ziehen. Oh, nee, nee. Das muss man nicht. Die kannst du, die anderen kannst du einfach, weil du Passwortpuren aufmast. Ah, okay. Also es gibt zum Beispiel der Drache. Den kriegst du nur durch diesen Asur-Truhen. Also durch die Asur-Truhen, die nur einmalig da sind. Ah, okay. Ah, sind das diese Truhen, die die einzigartigen? Ich habe schon eine gesehen. Wenn du die öffnest, kriegst du immer eine Scheibe davon. Also einmal so ein Teil. Das heißt, du musst insgesamt 20 Truhen öffnen. Und dann hast du das, du kannst es mit der Karte, die ich dir ja geschickt habe, kannst du das easy einfach machen. Okay. Da habe ich das auch gemacht. So habe ich nicht mal eine Stunde gebraucht. Dann kannst du die anderen auch verschalten. Also, ja. Ich glaube, du willst jetzt eh erst mal Pen Pen benutzen, ne? Ja, jetzt mal Pen Pen. Ja, ich bin jetzt bei 8080 Dunkelkristalle. Oh, da hast du schon gut gefahren. Ich habe nur noch 800. Ich habe die aber in Redpools umgewandelt. Okay. Schon vorbereitet. Ja, ich habe aber schon gepoolt, muss ich sagen. Aber ich habe nichts bekommen. Aber ich habe noch genügend, um Raid zu bekommen. Sagen wir es mal so. Ist ja gleich. Bald, ja. Oh, zwei Tage noch? Ja. Zumindest, ja, zweieinhalb würde ich sogar sagen, weil die kommt wahrscheinlich erst später raus. Also erst nach dem Update dann, ne? Kommt jetzt noch auf das Update 3.8? 3. Ich weiß nicht, ob das 3.8 wird. Ich weiß es nicht. Weil ich hatte gesehen, dass es, ähm, äh, ein neues Video, ja, ein Video wurde revealed von 3.8. Dafür stelle ich mir die Frage, dass, ob das nächste Update jetzt 3.8 wird. Eigentlich nicht. Hast du das Video gesehen? Oder es ist, ja, oder es war älter. Ich finde es, ich sehe es ja gerade, 3.8 vor zwei Tagen, ja, das ist erst rausgekommen. Oh, was wird denn da kommen? Oh, Story wird weitergehen. Oh, ich sehe Sieg, der hier wieder zurückgekommen ist. Crazy. Ich finde die Story so, äh, so traurig zwischen den beiden. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, das zu sehen, Digger. Oh, man sieht schon ein paar neue Sachen. Zeig mal her, was gibt's denn? No way! No! Man sieht diese, man sieht diese Yu, von der ich geredet habe, dass die vielleicht als Charakter reinkommt, ne? Oh, okay. Ja, Yu wird reinkommen, ne? Man sieht schon ihr Flüster-Outfit, wenn ich mich nicht irre. Ehm. Also jetzt muss ich echt überlegen, ob ich vielleicht Ray skippe. Nein, Spaß. Ray muss sein. Aber Yu ist auch, damn, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hole mir Ray, und dann werde ich sowas von auf Yu poolen. Werd ich auch schaffen. Irgendwie. Ab jetzt wird gesaved. Jetzt werde ich nicht mehr poolen, das war dumm. Ich habe jetzt nochmal gepoolt, und ich hätte die saven sollen. Ich hätte dir das früher sagen sollen, mit dem Video. Ich habe eigentlich die heute gepoolt. Gestern zumindest jetzt. Jetzt habe ich 120 dieser Flame Gold. Ich könnte mir jetzt einen aussuchen, aber ich bin mir noch unsicher, wenn ich mir aussuche, you know. Also entweder würde ich diese Briebie nehmen, oder wie sie heißt. Ja, ich glaube, ich würde Briebie eigentlich nehmen. Weißt du, wen ich meine? Ähm, wen? Weewe heißt sie. Ah, hier, die. Das ist halt eine Volt und sie kann healen, halt. Na, Gnome hätte ich gerne, aber das mache ich nicht. Also pool ich nicht, extra wegen Duda. Und Robilia pool ich auch nicht. Hat ja auch Luna gezogen. Ich könnte halt Julan, Briebie wäre vielleicht nicht eine Idee, aber... Ich glaube, ich würde Briebie nehmen. Frost-Waffen habe ich schon genügend. Also ich glaube, Frost gibt es gefühlt jetzt am meisten. Was halt auch cool ist, und zwar... Mit Briebie kannst du dich mit jemandem verbinden, ne? Sozusagen eine Verbindung mit den Herstellern. Und wenn du zum Beispiel gewone-shottet wirst, kriegst du einfach ein zweites Leben und überlebst den One-Shot, ne? Oh, das ist geil. Das heißt, wenn du einen One-Hit bekommst, kannst du überleben, aber in den nächsten 60 Sekunden, dann hat man halt einen Cooldown, ne? Ja. Das ist aber auch echt crazy, muss ich sagen. Als Healer wäre das schon nice. Als Unterstützer. Also, ich würde mich nicht mehr bein, wenn man auch mal schauen, damit ich nicht mehr beinahe. Ich würde mich, wie du in die Welt hast. Wir haben das schon mal gemacht. Man weiß es nicht, wenn man gerade auf der Welt sea удивiert. Aber ich würde mich überlegen. Ich würde mich überlegen. Wenn du dich jetzt mit einem Bordel-Spot oder in die Welt待ってichern. Okay. wenn du nicht so ein blick wer will du als nächstes tun würdest sieg finde ich cool sieg sieg okay sieg finde ich cool sieg ist echt cool der zum beispiel eine one-shot-fähigkeit der kann einmal one-shotten ist aber auch mit einer voraussetzung wieder und einem cooldown der cooldown ist aber etwas länger der geht um die 200 sekunden aber du kannst einen one-shotten und wenn du einen one-shotest dann wird alles um dich rum so weiß du denkst du bist gefühlt in einem anime drin sieht das aus dann wird so alles weiß außer der charakter und man sieht nur so den charakter und den gegner dann wird er so gewandt hat das sieht crazy aus sieg passt halt auch gut zu dem team muss man sagen er ist auch physisch naja deswegen also mir wird immer gesagt halt dein team immer gleich ich hab drauf geschossen um ehrlich zu sein ausgemix aber das aber naja das problem ist da wenn man halt sich nur auf einen konzentriert hat man es leichter an stärke zu kommen weißt du dann kann man den direkt mehrmals poolen zum beispiel ne den charakter dann wird er auch viel stärker sein da kommst du am ende mit mehr kraft raus als wenn du jeden pullst ja gut eigentlich hat man ja nicht wirklich einfluss wie man zieht doch schon du kannst selber aussuchen wenn du ziehst das heißt wenn sagen wir mal jetzt wenn wieder die banner ne die werden ja nach in dem nächsten update wird es dann ja wieder so sein dass nicht mehr so viele sind sondern nur noch zwei banner existieren und halt der standard banner ne ja und ja da hat man dann sagen wir mal auch nicht so viel freiraum zum poolen und dann wird das auch nicht mehr so schlimm sein dass man unbedingt poolen weil aktuell sind ja so viele da da denkt man sich so jetzt hat man die chance die zu bekommen so heißt dann will man ja unbedingt poolen ja 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 aber das nervt mich dass ich mir keinen chinesischen account machen kann du meintest ja man braucht ja irgendwie du brauchst genau du brauchst nämlich äh den ausweis alles da kann man sich nämlich alles vorher noch mal angucken genau du hast Glück du kannst dir alles angucken ja den benutze ich sehr viel weil ich äh sehr viel newcomer games äh direkt vor optaste ich hoffe so sehr dass ich einen array in den early bekomme und den rest saven kann das ist ja so nice so ja das ist ja und das ist ja so ich eigentlich wäre lin auch eine option fürs team aber sie zu polen ist halt schwierig aktuell also nun kannst du basically jeden team rein machen weil sie ja alt ist genau das ist die kraft kannst halt in jedem team packen ich habe zum beispiel und ich habe eigentlich alle älter character merke ich gerade ich habe sogar alle so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Quatsch, das wollte ich nicht. Das war's für heute. Okay, ich denke, da kann ich morgen anfangen, wieder die Stadtwettlauf-Dinger zu machen. Für das Event. Da kann ich dreimal resetten. Oh, ich sehe es holy. Ja. Das wird lustig. Ja, viel Spaß. Aber zumindest kann ich dann wenigstens sagen, ich habe alle Aufgaben jedes Mal durchgemacht. Habe ich bis jetzt auch. Hast du schon alle Münzen oder fehlen dir noch welche? Ich habe noch nicht, nee, die Aufgaben sind noch nicht fertig. Ich habe bis jetzt alle Wochen gemacht, außer halt die aktuelle, die jetzt rauskam. Die ist noch nicht fertig. Okay. Aber vom Ziehen her hast du aber die Münzen schon erhalten, die EFAs, oder? Achso, ja, mir fehlt nur ein EFAs noch. Und zwar der EFAs oder so war das hier, der Lieder, ne? Das war EFAs, ne? Das ist der EFAs, ja. Der fehlt mir noch. Das machen wir morgen. Jetzt gibt es nichts Spezielles. Was sind eigentlich diese Verstärkungsfaktoren? Diese Teile hier. Äh, mit den Dingen kannst du aktuell noch nichts anfingen. Erst für Level 80er, damit kannst du dann augmentieren deine Rüstung. Ah, okay, das gehört zu, okay. Genauso wie die EF. Also ich würde empfehlen, geh mal, äh, warte, machen wir das jetzt am leichtsten. Geh mal in den, wo die ganzen Stores sind. Am besten geh mal in deinen Rucksack. Dann geh mal auf so ein Rüstungsteil und dann siehst du, wo du die herbekommen kannst. Dann klick immer auf dieses Store drauf. Dann hol dir da immer die besten Sachen. Und das wäre immer dieses Augmentingsfaktor. Diese Box, die Booster-Module, die ganzen Sachen und vielleicht die Gifts, wenn du da rauf gehst. So. Auf den Rüstungsteil drauf. Auf den Rüstungsteil. Ja. Und dann kannst du ja ein bisschen runterscrollen. Und dann siehst du ja, wo du die herbekommst, ne? Ah, äh, gemeinsam mit Operation, Kristall. Dann gehst du mal ein bisschen weiter runter und dann gehst du auf diesen Kristallstaub-Shop, ja. Hier. Auf diesen Kristallstaub-Shop. Ah, Kristallstaub-Shop. Genau, und da holst du dir am besten, wie gesagt, immer die Gifts, wenn du möchtest. Das kommt ganz auf dir drauf an. Mhm. Aber ich empfehle immer als erstes diese Booster-Module. Die sind immer ganz wichtig. Ja, die habe ich schon gekauft. Die Booster-Module und Aufrüstungs-Module. Gut, gut. Ach, hast du schon alles geholt, was wichtig ist. Ja, passt. Okay. Du kannst aber noch, an den Seiten hast du noch mehr Stores, da kannst du überall hingehen. Weapon-Store würde ich nicht empfehlen. Und ja, Space-Theme-Store, Raum-Zeit, da kannst du reingehen, wenn du Guduk hast. Da kann ich dir nur diesen Festungskampf-Motor empfehlen und das erste. Das dritte Goldene ist nur zum Aufleveln. Okay. Ja, Raum-Zeit schon. Wo bekommt man eigentlich die Punkte her, die, äh, die dreieckischen, kritische Kampfe? Ah, okay. PvP, das ist... Ich habe mir zum Beispiel hier das hier gespielt. Ich habe mir den Kopf angeholt. Schauen wir mal. Ich muss sagen, viel, 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 viel besser als, äh, als, als so Fahrzeuge. Das lenkt sich wenigstens ordentlich. Okay. Aber wenn ich umdrehe, das lenkt nicht so schärf, sondern halt, wie es sein sollte, weißt du, was ich meine? Okay. Nicht so komplett unrealistisch. Ja. Wie zum Beispiel mit dem Ding. Das ist auch sehr sperrig, das Teil. Hast du da, äh, dafür PvP gespielt, um die ganze Teile zu sammeln? Ja, ja, klar. Also nur, nur für den Kopf. Okay. Die restlichen Teile müssen wir in der Map freischalten. Ah, okay, okay. Okay. Danke, aber für heute reicht es. Ich werde für heute Schluss machen. Ich habe keine Lust, immer so spät schlafen zu gehen. Ich stehe, ich komme schon fast nicht auf. Und wenn ich mal wieder arbeiten gehe, dann bin ich absolut aus dem Rhythmus. Hier. Und mehr.